Wie ich da das erste Mal dieses Zwergerl vor mir gesehen habe, dieses Wundermensch, das war schon so ein Moment, als Papa bist du vielleicht am Anfang gar nicht so dabei, aber wenn du den und was siehst, diese kleinen Zwerge, das war so, wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn, Wahnsinn, was ich in fünf Minuten alles erschaffen kann.